Okay Leute, seid ihr gut drauf? Ich hab gehört, ihr seid ein mega Publikum! Yeah! So muss das sein! Super Ritter, super Stimmung, schöne Leute! Was ihr da abkleben, seid ihr am Start! Moller, macht mal Lärm! Super, yeah! Okay Leute, habt ihr Bock auf Party! Ja, ihr seid ein mega Publikum! Masi, ihr seid ihr? Vach, ihr seid ihr habt! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, heute war ein echt cooler Auftritt, muss ich sagen. Also ich habe die Bühne auf jeden Fall gerockt. Und wie fandet ihr es? Ganz ehrlich, ich fand es mega. Ohne Witz. Also ich war zum ersten Mal auf dem Courage. Danke André. Oder DJ Kalla. Und nee, wahnsinn. Die Leute sind mega mitgegangen. Und wollen wir nachher haben, die auch alle ausgedacht haben von uns. Das habe ich vorher auch so noch nicht erlebt. Und deswegen auf jeden Fall super Erfahrung. Und wie war das so, 8.000 Leute, sorry, ich hätte nicht unterbrochen, aber wie war das denn mit 8.000 Leuten noch vor euch dabei? Einfach dabei erzählen. Also ich habe mir einfach gedacht, weißt du, die Leute sind für die ganzen Künstler, weißt du. Und da habe ich mir gedacht, bring es einfach 100%. Weißt du, wie du es auch immer machst, wenn du Leads baust und so. Einfach einfach 100% und nicht daran denken, wir könnten jetzt boonen, wenn jetzt irgendwas schief gehen würde oder so. Einfach, sag ich mal, frei Schnauze. Ja, und wie sieht es zukünftig aus bei euch? Also das heißt, was ist noch in Planung und was kommt als nächstes? Ja, also in Planung ist jetzt auf jeden Fall das Musikvideo dazu. Zu dem Song, das ist drin, wollen wir jetzt demnächst drehen. Und dann noch einen Song für Toleranz und gegen Gewalt. Sag ich, vielleicht machen wir so einen Hype-Hype-Teiler. Also wie die bekannten Künstler, die jetzt demnächst, das ist Pari Beno oder so, hat das schon mal gemacht. Die ganzen Künstler, die machen jetzt diese Hype-Halb-Videos, weißt du. Also hier im Song von dem Album, im Song von dem. Hört sich interessant an. Also Leute, wenn ihr es cool findet, dann schaut auf jeden Fall vorbei. DJ Color und Freestyle. Freestyle. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Auch cool, dass du dabei warst. Natürlich. Ich hab's der Action miterlebt. Auf jeden Fall, super geil. Ja. Ciao.